Wir starten jetzt mit der ersten Übung für den Beckenboden. Diese Übung wird liegend ausgeführt, das heißt, Sie legen sich flach auf den Rücken nieder. Die Handflächen liegen flach nach unten auf der Matte auf. Wichtig dabei ist, dass Sie die Beine und die Füße direkt unter den Knien haben. Wir starten, das heißt, beim Ausatmen heben Sie Ihren Po an, spannen dabei den Beckenboden an und sollten oben dann eine gerade Linie haben, von den Schultern über den Bauch bis zu den Knien. Und es geht los. Wir halten die Spannung für circa 5 bis 10 Sekunden. Atmen ganz ruhig weiter. Und dann beim Einatmen senkt sich der Beckenboden langsam wieder ab und entspannt sich. Wir atmen wieder aus. Der Po geht nach oben. Der Beckenboden ist angespannt. Wir halten die Spannung. Atmen ruhig weiter. Und beim Einatmen senkt sich der Po wieder leicht ab. Und der Beckenboden entspannt sich. Diese Übung können Sie bis zu 5 Mal wiederholen. Wichtig ist, immer ruhig weiter zu atmen. Und der Po senkt sich wieder. Und derart ab geht noch her. Und weil du deine induz um kannst ja sofort ab. Wir haben damit einen Übung damit gekauft. Wir halten diese here.